Hallo liebe Wassermannfrau, lieber Wassermannmann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 18. bis 24. Mai aussehen wird. Entschuldigung, Moment. Es ist halt, wenn man Wasser trinkt und isst und redet, was passiert dann? Luft im Magen, gell? Okay, unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- und Wochenlegungen, die sind dort immer aufgelistet, da habt ihr die Übersicht und Informationen zur Verlosung, man kann bis am 31. Mai eine persönliche Session bei mir gewinnen. Außerdem findest du unten auch den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Heute arbeiten wir mit den Radiant Wise Spirit Tarotkarten, die sind dort auch aufgeführt, okay? Also, schauen wir doch mal. Wassermann, die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also Wassermann, Wassermann, Liebesleben von Wassermann vom 18. bis 24. Mai. Ich staune, Wassermann, ich staune. Da ist irgendwas, über das ich die Augenbrauen heben muss. Also ich bin, normalerweise hebe ich meine Augenbrauen nie. Also es gibt ja diese Bewegung da, die man, oder so, das Staunen, wo man die Augenbrauen so hebt. So, in der Mitte. Das mache ich nie. Wie soll ich auch als Hellserie, ich spüre ja schon. Das ist übrigens ein Nachteil. Das ist ein Nachteil, wenn man vieles vorausspürt. Man sieht alles schon kommen und dann staunt man nicht mehr im Leben. Also man, es ist nicht so, dass ich ganz konkret sehe, was alles auf mich zukommt in meinem Leben. Und zwar ist das eine bewusste Entscheidung. Ich will nicht immer alles ganz konkret sehen, aber die Vorahnung, die kann ich nicht abschalten. Und wenn dann was passiert, dann ist das nur eine Bestätigung von meinem Inneren, meiner Intuition jedes Mal. Und dann mache ich diese Bewegung da mit den Augenbrauen, die mache ich gar nicht. Ich habe auch gar keine Falten oder so an der Stirn, nichts. Zurück zum Thema. Wassermann, ich hebe gerade die Augenbrauen in der Mitte hoch. Es ist so, wieso hebe ich die hoch? Oh, okay. Wassermann, es kommt eine Situation auf dich zu, in der du deine Überlegenheit verstehst. Die Augenbrauen da gehen bei mir ein bisschen hoch, weil ich da gerade verstanden habe, wie überlegen ich gegenüber meinem Gegenüber bin. Ich mache hier Liebeslegungen, haltet die Augen offen, das kann auch euer Jobleben betreffen, Familienleben und alles. Die Energien sind immer überall gleich, ihr seid ja nicht mehrere Menschen. Also du bist kein, du bist nicht mehr ein Mensch, du bist eine Person, die gerade da vor dem Bildschirm sitzt und mir zuschaut. Die Energien, die in deinem Liebesleben fließen, die fließen auch woanders. Okay. Schaut euch Oscar, Oscar-Gewinnerinnen an, Oscar-Gewinnerinnen, Oscar-Gewinner, die plötzlich sich scheiden lassen. Es gibt einen Grund dahinter, die Energien sind immer gleich. Also, schauen wir doch mal, was die Karten dazu sagen. Eine Karte bitte zum Liebesleben von Wassermann vom 18. bis 24. Mai, bitte. Ritter der Kelche. Aufrichtige Liebe hier. Aufrichtige Liebe, tiefe Liebe, Wassermann, verlässliche Liebe, die du in dir spürst. Jawohl, ich liebe diesen Menschen, sagst du. Ich liebe diesen Menschen, dir wird klar, wenn du hier liebst. Und du siehst dich hier imstande, dein Herz jemandem zu öffnen. Fertig mit den Unklarheiten, fertig mit dem Hin und Her. Ritter der Kelche ist eine sehr verlässliche Karte. Und nicht im Sinne von, der wird dich durchfüttern oder so. Nein, Ritter der Kelche steht für aufrichtige Liebe. Und wenn Ritter der Kelche so kommt, dann steht das auch für aufrichtige Liebe. Und es gibt Karten, die zweideutig sein können, Karten, die dieses bedeuten, jenes bedeuten können oder ähnliches. Aber die Ritter der Kelche-Karte ist eine sehr deutliche Karte. Die Message ist sehr klar. Wassermann, du spürst hier die Liebe in dir. Du spürst jetzt doch, ich will meine Welt mit diesem Menschen teilen. Mit der alten Welt schließt du ab, mit dem alten Hin und Her. Du weisst jetzt, wohin dein Herz gehört, wo deine Welt ist. In diese Welt gehört mein Herz, sagst du hier. In diese Welt gehört mein Herz. Okay. Der Teufel. Wassermann, du weisst jetzt hier etwas, das du noch nicht weisst. Der Mensch, der Mensch da, dem du dich da verschreibst, ähm. Wo weisst du mal? Ich darf nicht lachen. Der Teufel. Du meinst es aufrichtig, du meinst es ehrlich, du spürst diese Gefühle wirklich, aber der Ort, da wo du hinreitest, ich bin mir nicht so sicher, ob dir das Gutes bringen könnte. Schaut euch die Farben hier an. Ich weiss nicht, ob dieser Mensch dir auf diese Art und Weise guttun könnte, wie du es glaubst. Was ich hier vor allem sehe, ist aber auch sexuelle Anziehung. Ein Ritter hier, der komplett verhüllt ist, wird hier von nackten Körpern angezogen. Okay. Du, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, du, der Teufel. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du wirst hier tatsächlich von der Lendengegend geleitet und verwechselst hier Leidenschaft mit Liebe. Ast der Stäbe. Leidenschaft mit Liebe. Das Sex. Das hier ist Sex. Das hier ist Sex, Sex. Das hier ist Sex, 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 Sex. Nackte Körper. Porno. Porno. Und hier bist du. Schlübe diesen Menschen, sagst du. Okay. Okay. Fünfter Stäbe. Probleme. Drei der Kelche. Drittpersonen, die involviert werden. Viel zu viele Menschen sind im Leben von diesen Menschen involviert, Wassermann. Die haben hier mehrere Menschen angekettet bei sich. Und da kommst du als edler Ritter. Du hast gesehen, wie ich diese Karte gelobt habe am Anfang. Was das für eine Karte ist, wie aufrichtig diese Karte ist. Was für ein toller Ritter das ist unter all den Rittern. Und schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Eine Welt mit Obsessionen, womöglich auch Drogen. Mit Sex wird hier angezogen. Menschen, die sich hier einmischen. Hier noch andere Menschen. Und schon ziehst du die Augenbrauen hoch. Schau dich mal an. Wassermann. Keine Ahnung, wessen Energie ich hier aufgeschnappt habe. Aber wer auch immer hier resoniert. Dieser Mensch ist nichts für dich. Weg da. Du bist da wirklich überlegen. Du bist ja auch hier auf Erden. Sie sind hier im Untergrund. Teufel. Unter der Erde. Ziehst du jetzt die Augenbrauen hoch? Ist nichts für dich. Du hast da was viel Besseres verdient. Nicht vergessen, das sind Kollektivlegungen. Ich schaue hier für mehrere tausend Menschen. Es kann nicht für jeden Einzelnen gültig sein hier. Die, die gerade so diese Liebe da spüren. Augen auf. Das sind viel zu viele Menschen auf diesen Karten. So sieht es aus. Schaut euch auch die Monatslegungen an. Die sagen, lasst das zurück. Was auch immer das ist, wo du da jetzt gerade gelandet bist. Starte gar nicht erst. Geh direkt zum Schluss. Ja. Ich werde hier mit dem Right-of-Aid hier eine weitere Reihe ziehen. Dann schauen wir mal, was hier genau los ist und wohin das führen wird. Okay. Diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest, sofern du diesen Menschen noch als das siehst. Da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Okay. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video, in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Ziel gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.